Also ich habe ursprünglich in Wien Wirtschaftsinformatik studiert und bin jahrelang bei diversen Unternehmen tätig gewesen. Über die Ersthelferausbildung bin ich dann zur Rettung gekommen und im Anschluss in die Pflege. Dort habe ich einfach gemerkt, dass ich etwas zurückkriege, das mir persönlich mehr erfüllt. Sei es ein Händedruck von den Patienten oder ein einfaches Danke, aber das kommt vor Herzen. Für mich ist der Weg in die Intensivpflege definitiv die richtige Entscheidung gewesen.